Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Man setzt das halt schon drunter League of Legends mit dem äh Oh mein Gott, ich sterbe Oh, ich hab nichts weiter gesetzt Dem Oh mein Gott, ja Dann setzen wir etwa die Tabelle runter Was für eine Begrüßung Schon bei der Begrüßung liegt es nicht? Kann man diese Farmschuh? Also, äh, ja, ne? Hallo für, weißt du? Ja Ab 20% Sondern ab, keine Ahnung, 60% Und die Wo ich muss halt eben ganz kurz gucken, dass ich hier nicht sterbe Und der Rest drunter wird halt linear skaliert Also, ähm, hier mit dem Patrick als Kha'zix Der Chris als, ähm, Ari Jawoll Ich als, äh, Xyn in dem Jungle Das wäre bitter wenn ich Ähm, Dominic als Timo Und die Tanja Ok, 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 ok Und die Tanja als, äh, Sona Sona ward, genau Ok, ok, ok Ich hatte eigentlich mich ja offiziell abgemeldet, ne? Aber ich hatte irgendwie, ich hatte irgendwie verplant, dass die Klausur heute ist und nicht morgen Deswegen hab ich einen Scheiß-Zettel und taktisch spät abgegeben Dann ist ich auch Ich bin da gechillt am 1. März, ne? Hab das Ding abgegeben und dann war einfach am Tag zu spät Und am 28. Februar bin ich doch blöd zu Hause rumgegammelt Da hätt ich es genauso abgeben können, aber ne, ne, hab ich hier gechillt Das klappt ja noch mit Ja, geht Auf jeden Fall, ich hab halt Ich hab geguckt, ne, in dieser Liste von, wo man sitzen sollte Und da stand ich halt trotzdem drin, obwohl ich mich eigentlich abgemeldet hatte Und deswegen ist irgendwie auch erst drauf gekommen Oh, Scheiße, man Moment, ich komm gleich, ja Jo Alter, du bist mir leider nicht Du bist mir leider nicht Du hast gesagt, ja, du lebensmitgliedschung Du hast ja letztens wirklich Und daher hab ich immer so schön wie es im Promo gesagt So, ja Es gibt weh und so Blah, schaffe ich auch Und dann Und dann Und übrigens nebenbei brauche ich auch an der Test Und der war richtig gechillt Und vor allem, äh, der Typ Irgendwie, irgendwie Dann komm ich vor, mit vor, mit vor, mit vor mit vor Das sind dann auch zum gleichen Ja, genau weg Was der gemacht hat, ist Ja Leute so behandeln, als ob er sein Hausarzt wäre Ah, Scheiße Da ist man so gefragt, so, ja Und so, hast du dann Allergien Und hat so sofort Okay, okay Dann ja, geh weg Dann ja, geh weg Zeig dich Und so, ohne ihn nach Hause chillen Auf so verletzten Und ich hab noch fast eine Stunde bei den Pipi da gesessen und gelabert Ich glaube, dank Patrick wird das mein meistkommentiertes Video Oh, natürlich, natürlich Ich glaube, ich nenn das so live-commentary Alter, der macht nur erstes Blut, was ist das für einer? Ey, ey, dabei telefonieren und erstes Blut, was ist das? Ich glaube, das soll jetzt niemand die Dokumentation erleuchten Ich bin das besser als die Das ist eigentlich ziemlich dreist, dass du mal diese Ich geh weg, okay, ich hab kein Ich, ja doch, time mich mal Alter, mein Herz Das ist scheiße Ich muss zurück Ey, kannst du mal lane halten, Robin? Nö, nö Oh, okay Ja, 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 warte mal Ich, äh, ich mal Kannst ruhig, äh, weggehen Ja, danke Ich verstehe Ja, weg, da hat er schon Wort Ja, ich merk, sie sehen mich Das ist halt Corona Warte, kannst du jetzt mal aufhören, du Quasselschrippe? Ey, du nervst ein bisschen Du nervst richtig gewaltig, nicht nur ein bisschen Meine, meine armen zehn Schuhe und Zuschauer hier Meine armen zehn Zuschauer Bleiben zehn Zuschauer, das sind wir So, ich hab' für uns Gott geholt, hast du wenigstens was für dein Video Jaime, ich brauch' dir hier mal ein Wort, bitte Ja, mach' ich Wenn ich nicht angerufen werde, davor Wieso, wieso, Alter? Alter, was ist das für eine Scheiße? Ich hasse die Oli da Was denn, wenn du 300 Lebenspunkte hast, eigentlich Komm, steh mal kurz zurück, dann kann ich Worten Was machst du? Tanja, ich brauch' Hilfe, was machst du? Du hast gesagt, du geworden Ja, aber doch nicht jetzt Dann warte doch, bis ich sage, jetzt geworden Das war jetzt komplett Beschreiden Beschreiden, wolltest du sagen, ja Du musst aufpassen, guck einfach, ob du grad geworden kannst Wenn die grad zu zweit auf mich drauf prügeln, dann ist es keine so gute Situation, um ein Wort zu setzen Guck ein bisschen, ne, einfach gucken, wie die Situation grad ist Ich hab' grad eben was, grad eben was, dann sind beide auf mich drauf geschickt, ich hab' auf'n Heel gehofft, weil dann hätt' ich den Kill bekommen Grad eben war's nicht so intelligent Hä? Was? Sag, ping doch vorher Ich hab' gedacht, du merkst was Na, ich war schön am Lasthitten Also Der war grad am U-Chillen, man Ich kann nicht mehr da rechnen Schöner chillen Ja, geht so raus Ich verlohnen kann Ich geh' back, okay? Ja, ja Ich hab' das echt nicht gemerkt Sorry Oh my god, ey Der hat sich erst mal ausgerührt, weil er volls Klappmann einfach mal Wir müssen ja auch ein Signal geben Ja, nicht auf seinen hohen Maus wohnen Ach, fuck mal Ich hab' den Kami hier, Alter, trotzdem Hey, Vorsicht, ey Oh, scheiße Ah shit, du willst das hochladen, ne? Also Hast du das jetzt gemerkt, oder was? leri Tee Ohhhh SS, S... All da Robin, sag doch mal Entschuldigung Alles andere Hier oben Komm, pack ihn ran Pack ihn ran, den wird's bald Ping doch mal Ahhh ù', München Robin, Patrick, Alter. Ich fahre jetzt deine ganzen Eltern ab. Wir sind solchen. Wir sind solchen. Kann ich den Top halten? Ja, ich mach nur kurz die Geister. Haben die Witzmalte unten gewordert? Alter, halt. Ich komm mit dir schon an. Kannst bloß vom Zuschauen schauen, bei mir nur die 5.30 ist nicht gewordert. Ich schau kurz die Quinn. Und was halt dem kommt, weiß ich nicht. Boah, wer pfeift denn da so? Geh auf deine Lay, oh Mann. Ah, in meiner Pod geht noch. SS. Kann ja zurücklaufen. Ah, gut, ich greife nur an. Oh, jetzt zurück. Darf ich pushen, Chris? Bitte, bitte, bitte. Okay. Danke. Was bei mir? Ja, doch. Was, was kein Fehler gemacht bei dem Rason. Alter. Ich kann so schlecht farmen mit Ari, ey. Das muss ich echt noch lernen. Ja, Mann. Ich mag ja nicht farmen mit Rage Champions. Lachen wir nicht raus, Zahn? Na gut, von... Nein, ich lach dich nicht aus. Doch, du hast so über mich lehren. Nein. Philipp von Lenz. Nein. Ich komm wieder in die Mitte, Mann. Oh, ich komm wieder in die Mitte. Oh, es ist langweilig. Ach süß. Du warst oben? Ja, ich lau'n oben. Ja, ja, da fangst du auf, Mann. Mach! Mach! Bitte nicht solche Ausdrücke. Ich weiß. Sonst wird's auf YouTube gebannt. Ja, genau. Ey, äh, oh, hoppla, das sollte ich nicht. Ey, warte mal, jetzt mach mal. Und jetzt wird's gebannt, weil jetzt hast ich die GEMA verletzt. Ohhhh. Stimmt. Mein YouTube-Kanal wird gesperrt. Seine ganzen Flues, alles weg ist. Kann ja, ein bisschen... Hattest du Ulti machen können. Ich hab die... Jetzt Ulti-Ulti! Ah, ja, okay. Oh, sorry. War verbreit. Du musst immer bei mir bleiben. Du bist wieder zurückgegangen und hast mit mir ins Gefahren. Das ist eigentlich nicht eine Aufgabe. Immer, immer ganz, ganz, ganz nah bei mir bleiben, okay? War jetzt okay, ich hab noch ein Kill bekommen, aber trotzdem... Ja, was? Ich mach so, als wärst du schon weg und ich spiel voll die. Jetzt weg. Warte, ne, wir stellen jetzt mal, äh... Die sind... Jaguar dadurch... Äh... Was? Super großartig? Was aber überhaupt einer von den AP? Ich weiß nicht... Die sind weg offense. Ey. Der придумer ist weg. Es war ja gar nicht genau, die sind nicht vielleicht bestequentien. Ne, der macht dass er st else machen hat, dass er macht ein bisschen AP schar, das ist ein bisschen mit der Tat ich gehe zurück wenn du da bist die Schuss an weiß ich weiß nicht was das gab wir auch in der Tat aber ich möchte ich muss wieder weg die Kirche Mordkrieff noch getroffen wo ist er auch jetzt einmal gesagt wo es geht ich die hoch die Leute den Kopf ein Spiel hat sind die offensichtlich nein ich hab ich hab die viermal gesagt komm lass auf vorweg lass auf vorweg lass auf vorweg ist kein einziges mal mitgegangen und den quinn hätte ich auch noch fast bekommen vor allem jetzt er hatte double buff ja ich hab nicht mitbekommen fail card hallo leute mein name ist und ich bin op ich muss wieder wundern alter hallo mein name ist katzix und ich bin ich hab gar nicht gesehen dass du bei mir warst ich hab gar nicht gesehen dass du bei mir warst ich bin schon die ganze zeit und egal passt doch jetzt du hast 3 1 ist besser wie ich ich meinst du ernst ey trotzdem Patrick reg dich nicht auf das ist nur ein spiel aufregend aufregend naja du weißt was man dich auf youtube hört du weißt was man dich dann auf youtube hört ach ne dafür muss man sich doch nicht schämen ich brauche Hilfe 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 naja so krass ist nichts ja das merke ich ich komm top es ist gut kom in die Mitte ok ok so ok soll ich hier auf der Lane bleiben oder nicht nö und anstieg das erlöschen Wurzeln das so jahre schweißer 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 besorben ist ein bisschen bis zum Beispiel da weiß ich ob die geopferde worden hat weil es haben wir haben kein Wort und die können sie ziehen ich brauche ich brauche unbedingt hier unten natürlich geht auch nicht natürlich steht Stolz die und ich auch getrunken älteste wir waren dort er geht auch weiter hin mann erfolgen können ja eigentlich anja wo bist du ich bin hier bei mir bleiben und er hat einfach bei mir bleiben ich bin hier ja habe ich nicht mitbekommen jetzt sterbe ich auch ein bisschen was dann nur die macht eine die macht eine die macht eine alte macht eine alte hinterlich jetzt bin ich tot ich hab dich noch ein paar Jahre und bei mir bleiben ich hab das sage ich komme wieder runter noch mal ist grünisch gefühlt ja er hat ein erbachter bei mir und wollen er hat auch die ersterne zu schaden ein bestätigt helfe es ist ja so wichtig muss man nicht machen also heute habe ich dir geholfen und sterbe ich alle wenn ich auf die spüren ich war schon tot nach dem das ist ja schon fast und ich werde ich werde Ich will nicht mehr irgendwas machen, ich werde einfach nur... Nee, nee, du hättest den Tower gegen einen, die Queen. Kannst schon den Tower locker dürfen greifen. Ah, Queen ab und zu an, dann kriegt die Angst. Mach deinen Ulti notfalls, sie kriegt Angst und verlässt den Tower. Du musst... du musst viel zu früh weg. Der Tower hatte noch ein Viertel Leben. Die Tower hat auch noch gefallen, nice. GG. Soll ich in die Mitte kommen oder hier bleiben? Bleib unten. Bleib bloß weg. Bleib bloß weg. Voll. Bloß weg, oder? Weg, bleib bloß weg. Du darfst alleine pushen. Die sagst du, ne? Die sagst du. Ich sag dir. Ganken oder so? Nein. Deine, wir gehen jetzt nach unten, okay? Weißt du, diese Tower? Christ, hopp bitte, bitte. Ja, gut. Quinn ist ganz allein, ich brauche nur Lauf-Demore von dir. Mehr net. Ja, wo bist du denn? Wurscht ihr schon mal Tower, wenn das geht? Sobald ich hier komme mit dem Mainz. Hat jemand ein Wort von euch? Nee, nee. Schade. Wäre ganz gesund, eins zu haben. Oh, der Tower ist schon weg. Ein Clown ist hier, Blue. Kann jemand Bot-Gang? Ja, ich spreche. Was ist glücklich? Ja, ich spreche. Die haben mich hier gerade in Vision War hingestellt. Da ist vielleicht eine Falle drin. In dem Busch. Glaub ich auch. Weil selbst weg, glaube ich nicht. Lass jetzt keyfighten einfach. Können wir machen die grad braggen oder so? Nö. Nein, nicht schon in der Zeit. Den haben sie schon gemacht. Die sind doch nicht sehr negativ. D. Es ist doch gar nichts mehr. Mit dieser Make-up. Ich mach nochmal einen Red Buff positiv. D... D An føde ich hab was experimentiert. hic A B S N A E N E N I n A N L I N N T E N N N E Oh mein Gott, er ist so stark, er ist so stark. Das wird spannend, das wird spannend. Oh Quadra, Leute. Geh weg. Ne, Kartus Ulti. Genau von irgendwo her. Es gibt keinen Kartus, aber es kommt trotzdem ab. Der steht da. Kartus hat die Ulti, kommt aus dem nächsten Game. Der steht da. Wenn einer mit so wenig Leben überlebt, dann steht der da. Dann steht da so, irgendwie so, Kartus Bot has joined. Und dann, tschüss. Jetzt mal einen kleinen Rage Guild hinlegen. Und dann... Och, die paar Gold, die warte ich doch noch. Ich hab grad in diesem Teamfight, fünf Assists bekommen. Gute Sache. Schön für dich. Alter, ich bin ja so schlecht. Team-Actions, ja. Team-Action. Team-Action. Gut, dass ihr mir gesagt habt, dass ich auf die Queen gehen soll. Sonst hätte ich das nicht überlegt. Ha. Ja, hey Robin, hab ich gerne gesagt. Ja, danke, danke. Ich hab als erster gleich gerufen, ey, Fokus echt mal die Queen. Ey, Junge, wenn du ein Fokus dann die Queen. Na, Junge. Warum hast du nichts gelernt? Heftyme, heftyme, heftyme. Oh, wo bist du denn? Ping doch! Da, da wo die Gegner sind. Die Gegner? Seth macht seine Ulti. Instant. Wie soll ich da noch kurz was? Ping, ich sehe Seth nicht. Da wo wir gestorben sind, ganz einfach. Ja. Niemaaals. Doch. Weil du weggegangen bist. Nein. Nein. Alter. Bleib mal zusammen, die Wobezugs. Ja, echt mal zusammen. Ihr war doch zu zweit. Wir waren zu dritt unten und ihr waren zu zweit, keine Ahnung. Ja, dann. Ich geh schon in der Mitte und ihr seid abgehauen. Gut, Patrick war noch kurz da. Aber dann, als er gesehen hat, dass ich Warwick angreift, ist er natürlich schnell weggerannt. Ist ja klar. Wie im vorherigen Teamfight. Hey, ich gewerke, ich gewerke einander im Kind. Siehst du, es war doch perfekt gekommen. Guck mal, ich, 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 ich beite sie mit meinen 300 Themen. Jetzt kommt ne Karte zu. Ja. Das war mal ne Estro-Block. Von nö. Von und, die kommen von nieder. Ja. Ja. Äh. Mach mal bitte jemand den Farm da weg. Ja. Ja, ich. Nein, du gehst garantisch nicht dahin. ich kann Sinn ausschalten ich kann auch Sinn ausschalten jetzt bin ich da zack das war nicht so gut zack komm doch auf da ein Dächter nicht alleine boah alter fuck wo bin ich nein noch ja ich wollte grad sagen nein noch nicht aber das ist das dümmste was ich hätte sagen können Milua ich verneige mich vor dir ich kann ja mal hier bleiben boah alter ich hab ihn noch schade ich hätte auch abhauen können das ist halt so gut gemacht ich hätte abhauen können dann hättest du es mal gemacht ja wenn wir nicht beide gestart wir müssen noch enger zusammen bleiben Kameradschaft gleich das bringt aber auch nichts das Spiel kannst du weit wirklich nicht mehr hochladen ich schreibe noch so in Klammern das wahrscheinlich unterhaltsamste Video von mir ever ever niemals wird es ein unterhaltsameres geben als dieses ist oder nicht da kann doch noch mehr mit es ist ein paar Menschen überlaufen wo war von der sagt am Bock hier hier hübschmerzen 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 ja dreimal dreimal sein einiges kann das kann doch so was das mech ein mech kann mit sie muss schweiz machen auf ich will sagen ich will was bleiben bei woher kommt und es sagt Sack, zack, zack, hallo! Das ist die Queen! Sie sehen uns, sie sehen uns! So ein komisches Auge oder was? Versteht das auch nicht, dieses komische Fahnden. Die Queen kann sich in den Weh aufdecken im Kreis um sie rum. Ja das alle, lass uns reingehen und sterben! Wo ist Z, man? Z! Nein, ich hab mir eine Ulti eingesetzt! Z zuerst! Z zuerst! Alter, die Fokus nicht vor! Z, Z! Stimmt! Das hat viel mehr gefeeltes! Stimmt! Trippical! Hey, Double Kill! Ey, so viel mehr, man! Also, das ist ein riesen Unterschied! Ich hab gedacht, ich hätte ein Triple Kill! Vor allem sind wir zweimal gestorben. Und hat somit einen Creep und Level-Vorsprung, der nicht zu vernachlässigen ist. Wo ist Warwick überhaupt? War der gerade der Fall? Doch, der war dabei! Ja, er hat mit 50 HP überlebt! Okay, nice! Also klar gewonnen in einer Teamfight! Und wenn sie mal nicht die ganze Zeit mich fokussen würden, hätte ich auch eine Chance! Mein Major ist zu stacken! Nein, oder? Ehrlich? Ja, aber der lohnt sich erst jetzt, weil ich Hurrikan hab. Aber ich hab schon 5-6 draus, also so schlecht ist es nicht. Weil ich halt im Nachhinein die durch die Assists immer noch Punkte bekomme. Ja, geh mal hoch! Jetzt hab ich einen Hurrikan, jetzt krieg ich noch mehr Assists. Guck mal, ich hab 5-6 drauf. Wenn ich sterb, hab ich noch... Okay, mit dir weg! Wenn ich sterb, hab ich noch... Wuh! Noch 3! Noch 3! Und dann krieg ich noch 5 Assists, hab ich wieder 8! Wenn ich 8 hab, fülle ich ein Drittel! Das heißt, 2! Hab ich noch 6, krieg ich wieder 5 drauf, hab ich 11! Oh Scheiße! Komm zu euch! Jetzt nicht mehr! Geh geradeaus! Geh hoch! Geh hoch! Jetzt zur Seite! Das ist eine gefielte Bitch! Ich komme! Ich komme und rette euch! Alle! Nein! Scheiße! Voll auf dem Minion! Voll auf dem Minion! Der arme Minion! Der? Der? Haben wir Thunder verloren? Ja! Ja, ich bin tot! Hey, krass! Cool, 1 zu 0 getradet, Hammer! Wir haben Kölner verloren! Das ist Zeit nur Halle! Hammer gut! Das war nicht mal ein Trade! Das war ein Geschenk! Hat mir noch die Schleife! Wie fälscht das denn? Der ist von unten gekommen! Trade heißt Tausch! Aber mehr! Ehrlich ist willkommen als was! Das Mod! Ja! Da ist Wawwitz! Da ist Friedensangebot! Das ist alles! Ihr gebt den Tanja und sie geben auf! Zinn, bist du bei uns? Ja, ich bin auf der anderen Seite! Also ich bin auf der anderen Seite gelegt! Ja, das hilft uns viel! Ja, ich werde da voll reingejampt! Also! Geht's auf Grün drauf? Ja! Meins! 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 Ah, ich verbriss mich! So, jetzt kämpfe ich wieder! Du stirbst nicht! Alter! Du stirbst nicht! Alter! Du stirbst nicht! Du stirbst nicht auf! Du stirbst nicht auf! Wette halt! Alter! Kriegen wir! Kriegen wir! Easy Bruder! So! 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 Neisser Teamfight! Sag mal Danke! GG! Danke Chris! Ich hab's mir jetzt gewundert, warum die anderen mich nicht retten! Die fokussen komplett mich und die kümmern sich erstmal um alle mit! Alles meins! Ich hab dich noch gehealt! Glaub ich! Ja, deswegen hab ich überlebt! Nur deswegen! Chris holst du dir einen Villadeo alten! Ja! Hammer! Ich mein, wenn ich alle fokussen, ja? Dann müssen wir auch alle key! Ja! Jetzt hab ich einen 8-getackten Major! Es wird immer mehr! Immer mehr! Immer mehr! Kennt ihr das Lied von Matzen? Immer mehr! Ja! Das ist gut! Hammer, ey! Hörst Matzen! Du willst noch mehr! Noch ein bisschen mehr! Du willst noch mehr! Von mir! Dabei machst du mich kaputt! Aber wenn Schmidl singt, ist das okay, ne? Ja! Weil den verklagt keiner, weil die Stimme zu grausam ist! Da traut niemand zu sagen, Tommy, du singst schön! Alter, ich war ein richtiger Starsänger! Ich hab schon, ähm, Dings gesungen! Ähm, wie heißt's? Michael Jackson! Der war Michael Jackson! Irgendwann hat der ja nur keinen Bock mehr! Human Troubles kommt! Ich sterbe, sterbe, sterbe! Hast immer der Alleil наблюдiert! Ich hab ihm einen Jesus gang genieuzeig! Ich war in einer Blubberblase! Oh mein Gott! Lol! Er ist trotzdem gestorben, Alter! damit haben sich hier so eine krasse range er ist egal aber es war ein guter Trader das ist ja für mich waren gute Zeit es wird hier gegen fünf neuner wo sind die eigentlich schon ich würde mich daran angesehen ich glaube die sind alle in der Nähe und zwar etwa hier da machen wir sie fertig gute Idee, guter Plan ich habe keine Mana mehr da ist jemand ah blubber blase wo ja die Wölfe warm warm wir sind so böse ey pass auf, Z ist wieder da ich komm zu euch die haben uns gesehen wegen Quinn doch der Quinn Leute 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 bitte nicht, lasst mich nicht herlangen da kommen sie alle weg alle weg alle weg alle weg nicht da lang nicht ok ok doch 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 rennt wir sind dann ja rennt rettet mich nicht ich habe noch keine Mana rennt ohne mich weiter ich glaube ein Kuss ist so umgekehrt rennt ohne mich weiter rennt ohne mich weiter das ist schon das was wir eigentlich ich bin mir kürzgerannt ich hab's euch gesehen hier sind ja hier sind wir alle ja komm ich helf du bist tot ja warte ich mach Nami kaputt das ist wääh wääh da ist jetzt jetzt gehts mir an den Kragen jetzt nö ich bin tot ja komm komm ich hab mich zu spiel äh zu warte mal wieso fokust du Warwick der hat am wenig der spielt Full Tank gell ja ok ist hoch oh scheiße da sind noch mehr du schimpfst eh du schimpfst eh du schimpfst eh du schimpfst eh ein Camperndach ja fokust nicht Warwick bedarf gar keinen Fall ne ich hab gedacht die hätte die andere hätten Frosch da mal mehr net hätten Frosch da mal nichts Quinn Quinn hat Phantom Dancer Blutdurchter und so weiter ich hab gedacht die hätte die aber ich bin ohne O einfach so weggefrühstückt beide Ulti auf mich Set und Warwick Ulti ach so aber sowas von als wäre ich so ein kleines Müsli-Riegel alter das war echt krass haben wir weggefrühstückt worden weggefrühstückt ja gut ich geh Top 8 erfahren ne ne ich nein dann also ich brauch Geld oh jetzt streitet euch doch nicht lass ein gehen und fertig ey jetzt bin ich schon zum zweiten Mal gestorben ich fühl's dich man so geht das nicht weiter Leute das darf nicht wahr sein zum zweiten Mal gestorben das geht so nicht ich brauch Hilfe Tanja Tanja Hilfe Tanja 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 wo bist du wo bist du hier ich hab dich nie gegeben komm her komm her komm her haltet euch haltet euch ich hab mir grad wieder meine ich hab mir wieder die Active Camouflage geholt ich idiot du bist so ein Soldaten die tauchen sowieso nur noch im Pack auf die tauchen sowieso nur noch im Pack auf die spielen so gut zusammen da bringt es nix wenn ich mehr Schaden gegen isolierte Ziele mache ja aus dem ist mein starkes Resulteskreis ja aus dem ist mein starkes Resulteskreis und nachher weh wir müssen jetzt da falten kommt Z ist tot ich bin da ok ok Tanja kommst du ah oder Ari Ari kommst du Jojojo Tanja ist underway dann ist auch drauf 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 aber nicht auf Tim da wo war Quinn wo war Quinn da ist Quinn hinter uns ist Warwick oh gut aber wie gesagt nicht Warwick fokussend erst Quinn dann XS Z lebt Z lebt Z lebt aber nicht rein noch nicht ah also ich wurde abgekapselt das warwick ja ich hab dachte ich muss halt den Warwick fokussend nee aber Quinn war auch hier ich wollte hier mal dass wir dann demnächst wenn sie in die Fallen reinlassen langsam sind wollen wir das machen oder auf der war Quinn links ist irgendwo Quinn da 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 ist oder da oder da ne alle Mitte bitte 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 kenne die Black & Decker Werbung die Rapper man in der Black & Decker Werbung hieß auch immer Black & Decker Black & Decker Black & Decker Wir haben früher so, so... Ja, ohne Spaß. Ja, ich weiß, ich kenn's noch. Da haben sie so Dings... Was haben die gemacht, so zum Arzt? Das war ein Baumarkt. Lasergerät, ja, so Bau... Also gut, kein Baumarkt war's nicht, aber der war der so... Das ist ein Nami. Naaaah. Er ist set. Oh, set. Oh, Mann. Voll süß, voll süß, was der da versiegt hat. Eigentlich soll ich wieder Good Job schreiben, oder? Ja. Oh, Mann. Oh, Mann. Elf gesteckt der Mage Eyes. Wie viel? Elf. Nice. Wie viel Leben hat der? Kannst du dich ein bisschen drüber setzen, oder nicht? Nein. Schade. Ich zeig's dir da hingesetzt. Durch Smartcast seh ich nicht, ob es reicht. Ich schuhe mal eben Red, ja. Okay. Können wir nicht einfach diven, wenn die beiden anderen tot sind? Red. Wir sind 5 gegen 3. Ja. Nein, wir sind 2 gegen 5. Ja. 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 Trotzdem gewinnen wir. Auf jeden Fall. Weil wir es können. Ja. Ja. Ja, wieso? Ich hab mich gerade eben erläutert, weil die arbeiten so gut zusammen und die sind nie alleine. Und dann kann man es nicht finden, oder? Die Ulti verbessert nur den Schaden mit den isolierten Zielen. Alter, ich hab irgendetwas ruck. Ah ne, das war der Adler. Alter. Hehehe. 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 Feiß. Hehehe. 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 Die sind richtig gut hier hin. Tiefenfalls. Aber Zed, ihr müsst Zed mir vom Hals haben. Ja. 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 nicht macht das angeblich auf mich enthält Möbel also müssen wir mal eine andere Lane hoch holen Lass mal kurz ja noch was ich bin ich habe ich bin nur wo ich bin ganz kurz in der Artikel zurückgehen okay ich bin nur und dann gehen ich habe die Zeit müssen wir ganz zurück in die Plane holen das heißt wenn wir hier eine Mini-Wave abfangen dann kommt unsere Mini-Wave von der ganzen von alleine recht hat er verstehe ich nicht recht man also das Recht ist auf seiner Seite recht weißt du das ist alles auf YouTube hochgeladen hat doch nichts mit Nazis zu tun nur war ich Rechtser ja ja nur war ich jetzt schön rollen äh Dings da ist man vermischt das wo seid ihr wo macht ihr das ist ja viel zu offensiv da kommen wir rennt alle hier ja rennt Tanja rennt auch gut jetzt und im Bauch jetzt schnell wo ich spiel voll gut wird es soll reichern einen reichern das ist ja auch auf und das macht und das machen wir sagen ist wie war er in dringend die reichern ist weniger gold als eine mini nein ich eine 2 das hat die Klinik und sich gibt nicht nur die eine wie eine Minute für jeden Jahr er ist vorbei das ist schuldig ist alle das alle geben schuldig aber ich noch einmal aus dem schien aufs ist das ist es ja aber wie kann man da widerstehen ich kann man unsichtbar das heißt lassen wir hier in tiefheit schaffen ich bin hier unsichtbar kriege Angriffsdämmor dazu und sie können mich nicht fokusten ist ne gute Idee jaa gewiss du hast immer so die Ehre ausminken die irritieren manche ein bisschen was macht ja der ist richtig gut der ist richtig ok alter ich hab mich komplett weggefokust einfach äh wie ein kleines ne alter wie kann die einen so 5.000 mal stun ich bin nicht so schnell ich bin nicht so schnell ah scheiße krass alter geht mal da hin holt den Tower ok mach mal yes sir schnell 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 sonst wird die Minimale gepuscht ich denke ich denke ich denke ich denke nein nur so nicht bei dir mit dem er hat doch er wird 13 Sekunden dann nicht erst hin ich kann aber nicht nicht ich habe hier eine große Qual du hast die letzten 4.300 Leben krass und jahre soll ich meine Boots wegschmeißen ja 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 ne aber du kannst schon mal deinen komischen ähm Matriz-Schnitter mal zu einer was weiß ich was verarbeiten ich geh mal Botlane ja ja ich bin schneller ich bin schneller ich bin schneller ich flasch mich ran du ins Ohr so meine Freunde bis gleich geht's richtig los ja du glaubst ja alles so nervige Sau oh danke wir brauchen Worts ich hab welche wenn ihr mir sagt wo äh Barron ja ich geh den garantiert nicht jetzt borden ne richtig das ist so gut erkannt ach was oh jeder einzelne mir Schau dir das an waaah ich bin so sauer ich bin so sauer ich könnte ich könnte einen Ochsen rumschweißen ich bin so sauer ich bin so sauer ich bin so sauer ich kann das sogar boh guck mal wie ich den kaputt mache geile KS 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 20 full gesnackter Mage Eyes for the win komm weiter komm weiter ich hab mich ausgelacht als ich gesagt hab ich mir Mage Eyes geholt äh ich hab nur 132 AD geh schwarbeck das ist Headfall oh ähm ja ähm komm grad ein bisschen spiel ich bin ich retti deinen Arsch er ist geblindet nein der war geblendet der hätte mich so oder so nicht getötet er ist geblindet er ist geblindet wie lange geht dein Blind etwa so eine Sekunde oder zwei ähm 2,5 Sekunden soll ich einfach den Tower tanken komm 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 mach mal den Tower komm 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 alle ersten mit guck mal ich bringe unsere Minutes mit schreibt meine zu oder? oh Mage Eyes ich denk immer das sieht falsch aus aber es ist richtig ja ja wollen wir die Diven? komm komm ja einfach wir sind du hast so krachen Lebenshaut das ist einfach ich du Hunde alter du Hunde du Hunde du Hunde du Hunde du Fuchs du Hunde schreib also sagen sie hätten keine Tanks die haben ein XIN, ein Warwick und ein Z1 Team du Namenspiel halt zum AP oder was ich krieg gar keinen Killspiel gar keine Killspiel gar keine Killspiel Plötzlich unser Tank Support das ist ach ne 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 nö ne warte warte ich muss mich heifen ich brauch farm du bist zu heifen Haut jetzt kommt sie zum zum Tag ich brauch farm Skidi ich muss ohne Nein they don't don't no I don't know weg 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 ich securé der Rückseindruck Okay, okay. Nein, KS! KS! Meiner, ja! Ehrlich? Oh, so eine Kacke, man. Das war uns gewert. Hä, Schmidi, wenn du stirbst, geht dann ein Stack weg? Ja, ein Drittel geht verloren. Ach so. Oh, für mich. Oh, GGWP. WP. Was? GGWP. Also, ciao, das war's Let's Play Together. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Unlustigste Spaß in der Welt. Ja, vielen Dank fürs Zugucken und so, und ich hoffe, ihr schaltet nochmal das nächste Mal rein. Ciao! Tschüss!